Kommst du wieder? Nö, ich hab die Schnauze voll. Okay, dann geh ich raus. Ich bin gleich sofort. Na darum, der wär ja schon längst weg. Scheiße. So, jetzt fahren wir. Hast du doch recht. Zu Ikea. Wo sich noch geschwind. Geht auch nicht mit den Modifikationen vom Anschaffensbauquark hier. Bei dem krieg ich die... Die reifen Spuren vom Trecker weg. Das kostet nicht mehr Geld. Nee, schade, ich krieg nicht mehr Geld. Mist. Naja, egal. Ob er die auf die Wiese kriegen wir weg, komm ich mal. Der wird jetzt nicht zerstören, der Baumsturm. Aber vielleicht hat man ja die Möglichkeit ein Gebäude dahin zu stellen. Ey, du musst schon mein Hänger mitbringen, ne? Ja. Hast du gehört? Was hab ich gehört? Ich sagte, ich muss noch geschwind zu Ikea hier. Ja, bei mir ist ja auch noch alles grau. Ja, eben. Ich hab den hier anheben, Lever. Nö. Objekt ist zu schwer. Na, der Ast ist doch hier schon lose. Warum? Ja, kein Leib. Der Rest ist total. Ja. Ich bin ganz причins, dass ich nicht nur muss... Säge, das war, das war ein bisschen. Ja, das war ich nicht immer. Ja, nein, deryer ist extra. Ich wusste, ich würde mich nicht mehr, ich werde mich nicht mehr... Ich bin, nicht mehr. Ich bin, ich bin, ich bin für viele Mal, Ist das schon ein anderes Ding? Boah, scheiße, wie hängt der denn jetzt? Der erst hier will irgendwie nicht runterkippen Obwohl er schon lose ist Dann lass mich doch mal machen Dem Kran Lass mir mal versuchen So dreht man den, alles klar Versuch du mal die Äste und so ein bisschen So, wie mache ich den jetzt zu? So drehe ich den? Ah, ok, so Oh, hier sind die Stämme nicht zu fett da, ey So, jetzt zipp mal an hier So, so ist er, ne So holt er das Hä? Ah Jetzt muss er sich bloß noch drehen, ohne dass er runterfällt Kann man den nicht noch weiter einfahren, irgendwie? Ach so Das ist ganz schön schwer, alter Ja Lieber J Ça Ja Na da Ja Hier Ja 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 Was mache ich denn? Ach hier, komm, warte Mach auf den Scheiß hier Jetzt zur Garage, oder? Warte, ich mach dir eben schnell einen Screenshot von der Karte Mach du eben einen Screenshot So lange bis wir den anheben können, ist egal Hat schon fitter Baum gewesen Ach, geht weg Ne, ist immer noch zu schwer Schlappschwanz ist das aber auch hier, nicht mal so ein Ding anheben Müsste ich noch Pizzascheiben schneiden Ach, geht doch Oh, jetzt hab ich den runtergeschubst, ey Ne, ist schon wieder rein Ja 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 Geht doch Was du schubsen die Dinger, du? Äh. Hä? Äh. Äh. Okay. Warte, okay? Gut, gut, aber gut. Oh. Ghost hat seine Geister losgeschickt. Nein, das war ich nicht. Ich hab jetzt die lauter Pizzateile geschnitten. So. Hier ist noch ein Pizzate. Hier kann noch ein bisschen gesäbelt werden. Na, ich hab jetzt automatischer Motorstart ausgemacht. Damit der anbleibt, wenn man nicht im Träger sitzt. Sonst doof, wenn einer drinnen sitzen bleiben muss. Ist ja auch kacke. Ja. Machst du lauter schöne Fechbobretle. Boah, was machst du denn hier? Der schmeißt jetzt mal meinen Ass mit weg, du. Uh. Und Donut an ihm. Es nimmst du jetzt gierig weg. Der lässt ja den Ass hier noch liegen. Na ja, das sind ja nur die zwei Bäume. Also ich schmeiß dir die mal hier vorne hin. Oder wie auch immer. Boah, da hast du. Wie hast du dich gemacht? Ja, ich wollte nur einen anheben. Und auf einmal bewegen sich alle. Okay. Und auf ein Stück sogar noch drauf. Zwei. HALCOGEN. Die kann ich nicht so weit schmeißen. Die sind so schwer. Aber das ist ja mit der Masse. Das ist ja mit dem Maus, ne. Das ist ja mit dem hier. Blüm, ey. Die machen die mir gerade mit der Kassatur. Joah. Geschirft. Gut. Hat mich gefreut dich kennenzulernen. Ja. Ich schmeiß dem Ruf auf einmal ist er weg. Ist hier mit jetzt? Kann man das anheben? Nö. Der Ast steht hier als wenn das ein kleiner Baum wäre, man. Ey. Konzentriere. Ja. Mit der Kassatur. Lass mich die Kassatur hier Kirchen. So. Ist der hier? Das war schön. Das war schon. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht mehr zugemacht. Ich hab's nicht mehr zugemacht. Ich hab's nicht mehr zugemacht. Oh, jetzt hängt das wieder hier Die Dinger gehen weg, gucke Auf die Wiese, auf die Betonfläche leider nicht Guck mal hier, kriegt den Ast hier nicht mal umgekippt, guck mal Das Ding geht hier durch Naja, vielleicht macht das nix, kann man ja vielleicht Gebäudeimprovisierungsdings hinstellen da Naja, ich würde vielleicht, äh, wie gesagt, die Brastung setzen? Irgend um den Baum? Vielleicht denn nochmal versuchen Äh, vielleicht geht's ja, kann ich gerne ja mal machen Ich schmeiß hier mit Äste Guck mal, wie er den verschlingt hier Mit dat grünen Zeug Wupp, weg is er Oh Gott, und ein Baum kommt noch dahinten Aber warum? Dat Ding muss hier weg Dat Ding muss hier weg Ich denk, der Der ist fest, der ist buggy hier Irgendwie, keine Ahnung Der ist nicht mal mit der Säge irgendwie anvisiert Zeigt der blau an Zeigt der blau an Ich bin wieder verloren Ha? Ich bin wieder verloren Ich bin wieder verloren Ich bin wieder verloren Ich bin wiederjacken Ich habe keine Ahnung Präsentigt Ich mach noch an erstmal rauf legen und dann nachschieben Nicht runterfallen, nicht runterfallen Los, richtig Fast Der geht nicht Jetzt habe ich ihn durchgeschnitten einmal, jetzt geht er durch Jetzt steht er mir auch noch im Weg hier Da? Ja Da? Du scheiße Ast Geh doch mal da raufwärts Wo ist er denn jetzt? Schon wieder verloren gegen ihm Meiner ist weg Liegt denn hier noch rum? Gar nicht mehr Gut Da ist ein Busch Hier ist noch einer Ab in den Busch Huish 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 Verschlug die mich auch noch am Kaffee Nein, der ist wieder umgefallen Geh Geh So, das noch? Liegt da noch mehr? Boah, Alter, wie viel waren das, ey? Wo ist denn dein Mikro eigentlich? Schon wieder kein weiter Ja, ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen, wieso ist denn er so leise schon wieder? Was? Was denn du hier? Hast ein Weidwurf, keine Ahnung Dein Schlossbitton rüfer schneidet den Kopf ab So, jetzt nimmt die erste wenigstens ab So, jetzt muss Nono... Der hier weg? Hä? Ich muss mich rollen, hier liegt doch noch ein Stück Holz Oh Gott, was ist das für eine dünne Pizzascheibe? Guck mal, siehst du das? Ja Scheiße, Alter So, jetzt dürfte hier nichts mehr liegen Nö Äh... Äh... Nein Aber... Lässt sich nicht sägen Und nicht umkippen Kann man durchloben Naja... Den zweiten Baum sonst noch ein bisschen fällig schnell Bist du das mit dem Rückwärtsgang oder ist hier noch jemand? Soll ich mal die Technik um... äh... umparken? Kann wieder so umstehen werden Jo, ich mache schon Du sitzt schon drunter So Halt, hier... warte, 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 warte Hier hast du noch was vergessen Kann sein, dass es von mir noch war eben Oh, weg ist er Bei mir hängt es gerade wieder ein bisschen Ja, das ist noch von mir und der ist ganz Mache ich gleich erstmal den Baumstump weg, dann ist das Ding hier hoch So, weg ist er Das schöne Holz Das hätte man doch verkaufen können Was machen wir doch Ja, in Hackschnitzel Hauptschnitzel N Öee! N Öee! Hier komme ich mal einen sohn Baum, da Da ist schon 30% drin das schöne holz nehm ich erstmal die die ich abgeschnitten hab hier schon mal weg eh komm mal her man na das schöne holz ja das nebos laubräume ja ich will hier vorne anfangen hm ich will hier vorne anfangen wolltest du nicht baden gehen ich nö hast du nicht gesagt so scheiße geht baden nö ach ja ich war ein Tüttel ach du meinst das spiel hier ja ach so wehe da klappt nicht alle das stück ist noch zu fett hier wer kann denn hier die Halle nicht hinstellen nebeneinander wenn die Bäume weg sind denn oh da kann ich immer noch nicht hochheben jetzt ist jetzt auseinander gefallen du hast du schon was du hast du schon was nö 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 da gibt's ne Segelyacht auf der vorletten Seite von Bordeaux nach Bordeaux Von Bordeaux nach Bordeaux Die Schlesernstadt von Bordeaux Ja Das wird mir hier nicht angetragen Dann mach mal aktualisieren Hab ich schon Ach doch hier Das ist also nach Lisette Logistik Ja Ja Die krieg nicht so weit geschmissen Kann nehmen So ich trag die lieber hin Und 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 pack die auf Ja Wenn noch mal ne Hand nehmen Halt kein Bock drauf Naja die sind ja so schwer Ja So der Bomb geht schneller weg Irgendwie Mal runter her Mann ist das gesholzt Naja Ginge rüber geschlagen Ginge rüber geschlagen Ginge rüber geschlagen Vielleicht Meereson Bis zum Hallo hallo nö muss man mein Kopfhörerkabel rein machen die sind bestimmt gleichaus so ist man auch für sicheren seite bei mir hat sich das mit alles aufgehangen dann nimm mal alle leinen stricke alles was da so rum liegt bei dir in der näheren umgebung mal weg hast du die jetzt angenommen ja klar nicht denken denken denkst du aber jetzt hat sich schon wieder alles aufgehangen aber gar nicht gesagt dass du im chat geschrieben hat deswegen ein aufhängender ja 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 Es war jetzt keiner was für Wettkatz hier Doch! Hallo! Jetzt höre ich euch Hallo! Hier sind sie richtig! Kommen sie rein! Ich bin da Toll zu Kannst du nicht auch ne Segeljagd? Doch, gell? Die, ja doch, ich seh sie Die steht da hinten im Trailer drin Ja ja ich seh sie, die steht da hinten im Trailer drin Welche willst du dann jetzt anheben? Ich stehe die Reling noch Das hängt immer noch dran, das Scheiß hier Oh, jetzt ist es weg Schafft Was ist eigentlich hier mit Arbeitsschutz und so? Keiner hat Schutzkleidung an Ich glaube, es geht hier los Ich hab doch Helm und Handschuhe an, wenn ich die Säge aktiviere Doch, hier ist der eine Ja, da, der Jens steht daneben Ohne alles Wenn das Frühe Rufsgenossenschaft wieder sieht Was hast du gezeigt, Amira? Ich hab gedacht, mein Ziel Die Arbeiter Du brauchst ja nicht noch 10 Schrauben quälen damit So Wo sind denn die Bäume hin? So, hier hinten Ich weiß nicht wohin Warte Ich muss schon wieder so viel Grünes dran Ja Ich seh nicht, war hart So, geschafft Oder auch nicht Toll, der zieht sich rein und meiner steht hier Warte Warte Toll Warte, warte, warte Das hier Apfelsäbel klingen würde Warte, warte Oh, weg ist er Wir sollten jetzt nur so rein gehen Habe auch nicht mehr so viel Ei, wusch mal sichian denn hin, die Vollidiot Wann denn denn in Tracker rein am besten? JETZ Geh weg da Oh gut, die zieht sich ein, sehr schön So Upschuldigung Der ist noch, den krieg ich irgendwie nicht hoch Ich sollte das Stück fertig nehmen, also ne Okay So, glaub Ist alles weg Jens Das, was du grad anhebst, meinst du? Ja So, gut, gehen wir noch mal meine Taschenlampe lang Okay Okay, ist nichts mehr Geh mal probieren Mit dem Mit dem Dings, wa? Komm mal Mit meinem Tracker hingefahren bin Gras, ach Gras Gras, Gras, Gras Ist da Oh, hab ein bisschen Gras hingemacht Oh, hab ein bisschen Gras hingemacht So, scheint alles weg zu sein So, scheint alles weg zu sein Ach Ach, brauchst du nicht, hätte geh so ab, die gehen wie das So, dann komm mal her mit meinem Wegen dem anderen Dings da vorne dran Ja Gras Hingemacht Mal gucken Ob so das geht 55 Von die drei Bäumen, ja gut, da waren dicke Dinger, ne Ach, cool Überhalb Päule Große Hänger, alle Vielleicht verkopen Ja, ne Ja, ne Weg gesagt Ja Ja Das sucht wieder Beton aus und dann ist alles okay Genau Hier Ey Der hier, ne Ja Ach, guck mal an, Junge Ja Als wir nix wären, ne Ja Ja Super, super, super Super So, dann gehen die gemüteten Geräte mal Gleich wieder weg jetzt, diese Dinger Ja Ähm Dann bin ich jetzt so ein bisschen rasen, oder? Achso nicht, wir wollten ja Dings Ja Erstmal mal gucken, ob ich die Hallen jetzt da nebeneinander kriege Ja Aber wir können ja mal in die Türken, die erstmal nicht gucken Da gibt ja wirklich die Dinger ja nur auf dem Problem Ja Okay, die machen jetzt nur die Player-Problem weiter Ne, ich meine nachher, die bestellen müssen Naja So Wie weit kann man nicht gehen? Ja Ja, aber hier kann ich Nein, wo wir die Bäume weggenommen, kann ich nichts hinstellen Die wird nicht rot, äh, grün Dieses Objekt kollidiert mit anderen Objekten Ja, bestimmt hiermit Boah, das ist doch hässlich, Alter Ja Es ist doch scheiße, hier ist Ja Sie geht hier gut hin, ja 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 Ok So Warte mal so lange Noch hab ich hier nicht hingestellt Ich hab bloß mal so Jetzt sollst du am Stream gucken Hübsch mal raus Ja Jo Das ok ja? Jo Ok Steht So und die andere kriegt leider nicht daneben Irgendwas kollidiert hier Steht hier immer Ja Dann geh doch mal hin und guck Was das sein könnte Räume haben wir ja weggenommen Die Büsche dürfte es ja nicht stören oder? Und wer weiß Vielleicht ist da ein Baumbusch dahinter Baumbusch Hä? Ja Nein, oh nein Da war der falsche Wo ist denn das Gras hier? Das ist dieses Ding hier Wetten Das was da noch steht hier Dieser komische Minibaum Oder was das darstellen soll Die Büsche kriegt alles weg hier so Jens Oh Der Rest dürfte nicht mehr stören Das Ding ist das hier Könnt ich vollkommen wetten Tja Das ist nämlich nass Von unserem abgesägten Baum Die kriegen wir nicht mehr weg Scheiße Kannste ja mal versuchen Ob du den irgendwie wegkriegst Aber er glaubt nicht Ja Dann geh mal hin und rochen Fix Der riecht jetzt um Weg sägen oder so Geht auch nicht Ähm, ich fahr jetzt mit dem Traster rüber Der dritte fliegen Kommibäum In der Wieselwein Hahahaha Das ist Das geht auch weg Das geht auch weg Himm whatever Gummibaum 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 Ja ne Aber jetzt ist er weg Ja der ist unten in der Erde drüner Ja, ich seh's, wo dein Traktor liegt da. Und den krieg ich jetzt so irgendwie sägen, irgendwie anders. Oder lass den doch mal so, probier was anderes jetzt hin drauf zu mal, wenn's geht. Probieren. Die anderen vielleicht wollen die Karte neu starten, vielleicht ist er dann weg. Hm, das kommt ja eventuell noch, ja. Der kann aber durch das. Ich höch, dass es ein Bug ist, der dann weg ist. Ich schick das Ding weg. Cool. Ab und zu Ende im Wasser, das Ding. Uh. Mhm. Was sind wir jetzt? Mhm. Der ist schon mal weg. Ich hab' einfach einen Flussischubst. Ja, ist ja egal. Hauptsache der Platz ist frei. Ich hab' mich schon mal Backer gesetzt. Ja, ich find hier auch nix. Ja, komm, dann fahren wir so hin und nehmen von da irgendwas mit. Okay. Und lass uns unterwegs über den Rastplatz hier fahren einmal. Und zweimal. Und zweimal, das sind zwei Rastplätze. Okay. Mal einmal da drüber fahren, weil die sind bei mir auch noch grau. Okay. Ja, aber mir bestimmt auch... Ja. Ja. Mhm. Okay. Schösschen, die sind gerne diese Freude ist wisseig. Danke, so Mann. Bine, die sind sehr flie investors. Danke, so. Ja, wie viel verlinkomme bist. Oh, er hat ihn weggekriegt. Ich bin mit dem Treckerl rübergefahren, dann hab ich den gedreht wie beim Brummkreisel. Wie so ein Gummibaum. Dann kann ich doch mal versuchen, die Halle hinzustellen. Na kommst du? Dann hab ich den gesehen noch nicht. Äh, noch nicht. Ich glaub's mit dir. Mal ne kleiner versuchen. Du meinst, ob ich dir folge? Ja, noch das. Okay. Ah, hier kann ich dir hinstellen. Guck mal, die steht dann versetzt, ein bisschen weiter hinten. Ja. Ja. Das große geht. Große geht nicht. Und die kleine hier. Ein bisschen versetzt hinten. Mal gucken. Kleine. Okay. Dann nehmen wir die und stellen wir so hin. Gut. Haben wir zwei. Da kriegen wir alle Fahrzeuge locker rein. Erstmal. Da kriegen wir's hin. Okay. Ich muss die Dings wieder ausmachen. Automatisch. Auf der Start. So. Gut. Dann wird das erstmal erledigt. Dann muss ich noch schnell. Mit dem. Jetzt hier die Betonfläche auswählen. Hat ich das jetzt hier? Nein, natürlich nicht. Das hier nicht. Ja. Nein, da sind die Fliesen. Verdammt. Mit ihr wandert. Ja. Dann muss der PC wieder ausmachen. Schon sehen. Das kann man später auch noch wegmachen. Den Rest kann man später auch noch wegmachen. Okay. Vielleicht zutschen. Ja. Wolltest du denn da vorbeifahren? Äh, nö. Aber? Bremsweg. So lang. Gut. Sehr schön. So ist das doch gut. Schon mal ein guter Anfang. So. Okay. Jetzt müssen wir den restlichen Platz irgendwie noch ein bisschen ausnutzen. Oder irgendwas. Kannst du doch kein Silo hinstellen oder sowas. Silo haben wir ja schon da hinten. Okay. Weiß nicht ob jetzt. Vielleicht irgendwann. Oder einen Wassertank. Tankstelle. Irgendwie sowas. Ja. Schon. Ja. Ja. Wir haben ja noch. Ja. 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 Jaja Wir mähen schon wieder Rasen, Alter Ja, bevor ich mich langweile kann ich Pausen mähen Ja, das stimmt schon Das ist gerade bei der Die anderen zwei Pfeile Da haben sie den Mähbergpunkt gehören Da bin ich am Dippen rein aufgeschlagen Ja 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 Wo setze ich den hin Ja, schweiß Mal gucken ob ich den nebenkrieg Ja Hm, der Werkstatt Trecker ja 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 Hallo 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 Ja 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 Hallo Hallo Das war nur der Trecker Nur die schwarz-gelben bestrichelten Linien waren da links und rechts Die Werkstatt Die Werkstatt Warum hast du dir eine Seite nicht auch noch schön gelb gemacht? Ist doch bei mir alles Ist doch bei mir alles Achso, ist bei dir schon, okay Ja 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 So, die Werkstatt steht da eigentlich ganz gut, ja. So, die sind wir hier. 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 Hey, beim Silo da können alles so stehen bleiben. erstmal kommt uns später noch bestimmt dazu so kann man noch wo irgendwo hinstellen hier ein farmhaus, boah, noch einen schönen platz am besten das ist ein standard hier größer als das andere das ist normal normalen Bodenwelle normalen Bodenwelle oh man jetzt wisst du wo hier der Eingang ist das ist normal ja 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 das den 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 Das ist die erste Richtung, ja. Gut, gut, gut. Du bist wohl so besser, ne? Hm. Ich bin besser. Ja, ich bin besser. ich will nicht mehr an so, ne, gut äh, Ghosty und dann machen wir ja auch besten Oh, Fion Guck mal, ob das Farmhaus jetzt so richtig hingestellt hat Aber warte mal, der steht ja jetzt gar nicht, oder? Bitte? Na gut, hier, ne? Gott steht richtig rum Ja, ne, wir haben ja noch keine Fracht Wir holen ja jetzt die Fracht von hier So war eigentlich mein Plan, dass wir jetzt von hier ne Fracht mitnehmen, irgendwo hin Ich hab' dir mal ein Dolchen da gelassen Jo, danke, Nobby Kriegst du eigentlich Geld abgezogen, wenn du Rasen weg machst und, äh, Wenn ich den Landschaftsbau-Dings hier benutze Hm? Ja, ja Ach so, wenn du oben baust, das Rasen weg machst und durch, äh, Damit, ja, damit Kostet's Kohle? Ja Okay Ähm, 277, immer 79, 70 Jetzt sind das 8 Euro gewesen Glaub, kommt immer drauf an Dann erhöht sich der Preis, oder? Sollen wir weiter weg fahren, oder mehr was für die nähere Umgebung? Wir können auch weiter weg fahren, mir ist egal Also müssen natürlich die ganze Zeit hier in Frankreich rumdorfen Scheiße, was hab ich denn jetzt gemacht, Alter? Was kaputt gemacht Was kaputt gemacht, wie immer Hast du vielleicht den selben Gedanken gehabt, wie ich, mit der Planierraufe? Ja, ich hab hier mehrere Planierrauben Vielleicht auch, eine geht nach Polen hoch Eine geht nach, äh, Österreich Warte, ich nicht mehr Okay, Rasen weg machen Eine geht nach... Ich hab hier eine, die nach Montpellier geht Warte Ja Auf der vorletzten Seite Ja, die hab ich auch Ich wollte aber irgendwie in die Nähe von dem einen Atomkraftwerk noch kommen das dir noch fehlt Ich weiß aber nicht, welches das noch ist Ich auch nicht Ach, Scheiße So So Wenn es okay ist, schließe ich mich dann an Ja Da wird aber noch einen Moment starten Das Farmhaus steht hier Ähm Das Stände sind da Die Werkstatt ist da hinten Komm, wir nehmen die nach Montpellier Und ich guck dann auf den Screenshot Was dir noch fehlt Ja Ja, Moment noch kurz Morgi, bitte lauter Morgi Warum ging es zu leise? Ne, vielleicht liegt es auch an mir Ach so Ich hab nur ein bisschen zu leise geredet Ach so, dann müssen wir auch die Lenker wieder in Richtung Jetzt pass mal auf, jetzt fährt mein Schreibtisch von alleine Oha Achtung, Achtung, Achtung Jetzt Klick Ja, da Da geht die Endpunkte ab Ich weiß nicht, aber wir machen das Ding da auch hier Das ist kaputt gemacht Ach so, war alles kaputt Ähm Den Sand Albern haben wir die Die So Jens Mhm Das war erst mal das Ähm Den In St. Albert de Rhone Der Rhone Die Rhone Meist du die? Waren wir da nicht vorher? Ich glaub da waren wir vorher Hallo, die Spattis Zocken, grüß dich Ich glaub von da sind wir nach Limoges gefahren Ja, das muss irgendeine da oben noch sein Ich vermute mal Dass das das Paa 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 Lüt Oder Bei Roßkopf Aber Roßkopf war man ja gestern Und dessen Paa Lüt war man eigentlich auch Na ich hab jetzt hier So ist die Steht In Was? Chivaux Keine Ahnung Golfech Paluel St. Albern St. Lauren Ich hab ja geschnitten Das zum Säge Was? 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 Haben wir hier zu Lab gehabt Schivaux Was? Was? Na wohl Nein, Chivaux Golfech Paluel St. Albern St. Lauren St. Albern Ich werd aber nicht welche davon schon haben Und welchen Und ob Golfech sind's wir jetzt? Ja Bad UL hatten wir ja vorhin Ah Ich weiß nicht, an Albern Ich werd mal auf der Map gucken Das ist gleich über Toulouse hier, wo wir jetzt sind Hm Ich dachte wir waren da vorher. Guck mal auf deiner Map, ob die gelb ist. Über Toulouse. Ne, über Montpellier. Entschuldigung. Unterhalb von Lyon. Oh fuck, der Sägewerk ist da hier rum. Er buffert hier auf der 4. Ja. Mhm. Okay. Habt ihr Angst, dass es Umfälle baut? Äh, nö, eigentlich nicht. Hallo Reiko. Hallo Reiko. Hallo Reiko. Hi Reiko. Wir könnten aber auch auf 1 wechseln. Nein, 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 alles gut. Na, wenn Reiko jetzt wird, fahren wir dann eher rein. Warum? Ja, also es ist ja egal, wo wir fahren. Ja. Wie sagt mich denn das? Also wenn wir jetzt auf 4 fahren... Also wenn wir jetzt auf 4 fahren... Also wenn wir jetzt auf 4 fahren... Ja, ja, das ist schlimm, die kriegen das halt hin, gerne. Ganz schlimm. Da war ich auch. Das ist auch gelb. Pfff. So. Was macht er? Scheiße. Ja. Scheiße. Scheiße. Aus Scheiße Bonbon. Ne, machen wir alles kaputt. Ach ne. Sag mal. Was macht er? Scheiße. Ach scheiße. Ah. Dann blau rund ist auch gelb. Was ist das jetzt? Hä? Warte mal. Dann wäre es ja jetzt eigentlich die letzte jetzt hier. Ja, aber irgendwo fällt dir ja noch eine. Ja, nein, sind alle gelb, habe ich jetzt geguckt. Ja, du kannst den so wie sie anpassen. Musst aber die Arbeit... Ja, lass die als Frau und mach einfach unten Charakter speichern. Ja, ich vermute, dass wir irgendwo mal waren und keine Ware mitgenommen haben. Hm, das kann sein. Versuch so ein Tanksteller? Nee. Nee, nee, Atomkraftwerke. Atomkraftwerke. Ach so. Hm. Wir lassen uns grad verstrahlen. Ach so. Ja, moin. Ja, komm, wir fahren die Planierraupe weg, damit ich das abhaken kann, mir das Atomkraftwerk und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ich hab sie ja so einigermaßen noch im Kopf, welche wir jetzt angefahren haben. Hm. Und dann müssen wir die eine oder zwei Atomkraftwerke nochmal schön anfahren irgendwann mal. Nach Montpellier wolltest du ja? Ja, genau. Hab ich. Also, da haben wir sie auch hin. Sag, wenn ich annehmen kann. Ja, nach Montpellier, dann wechseln wir runter auf einen anderen Surfer, können wir machen, ja. Ach so? Ja. Ehm. Ja. Okay, angehen. Dankeschön. Dankeschön. So, wo stehen denn jetzt die ganzen Geräte? So, wo sollt ihr jetzt hin? Ach so, nee, ihr fahrt erst noch die auf der 4 fertig. Und dann kommen wir noch Montpellier, die ist schon der Endpunkt. Montpellier, das ist in Frankreich irgendwo? In Frankreich. Genau. Hm. Okay, okay. So, dann gehen wir auch schon mal auf die 1. Ein Schatz. Dann steht daneben. So. Auf jeden Fall hast du gerade, eigentlich, Jens. Oh, nee. Immer noch. So, dann gehen wir gleich mal. So, und wir sind... Nee. Okay. Was sind wir denn an LKWs? Ach, die falsche Seite. Okay. Ja, bin extra rumgefahren und mit dem LKW, aber ich dachte, die falsche Seite gewesen. Ja, komm. Ja, komm. Sieht noch so leer aus, der Ruf. Ja, jetzt machen wir Ruhe. Ja, ja. Kommt noch. Erstmal das Wichtigste, die dicken Fettel-Unterstände hier. Es geht jetzt. Ja, jetzt. Auf jeden Fall. Ich erinnere nicht noch Geräte. Nur seine Rundumleuchte sich an. Ja, weil ich kann. Ähm, was kommt man in Japan? Ich will immer, ähm, Dinge wäre auch so. Ich will erstmal im König, dann erstmal der Gerät wechseln. Aber Sepp, bekommen wir halt nicht wieder so ein Lachanfeuer. Ja. Ah, was braucht man. Was ist denn am Kopf, dann kommt es hier. Du rötest mich gerade. Oh mein Metrosche, wo ist der hier? Ist der dreckig, alter Scheiße. Also, ich bin erst im Köln. Was? Ja. Nein, ich habe gefragt. Na, ich weiß, wo wir uns stehen. Ja. 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 Was ist Reiko? Ich habe gefragt, was für einen Eckeweg nehmen soll, einen Großen oder einen Winneren oder was wir fahren wollen, ungefähr. Ein 3-Achser lang. Das ist eigentlich meine Aussage, mit der ich leben kann. Ja, ich habe gerade nicht zugehört. Ich war in der Außensicht und mein Spiel ist so laut. Das ist laut. Ja, das kenne ich. Ja, ein 3-Achser lang. Ich habe auch bloß einen 3-Achser. Amira hat einen 3-Achser. Wunderbar, dann hol ich meine Reiko. Ja. 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 So, ich bin gespannt, was macht er jetzt? Was hat er jetzt bitte genommen? So was gibt es da noch am Schnellschirm? So wundere ich FPS, das ist auch hierherkommen. Oh Gott, ich bin auf der Maul. Wird er los wie die Schwester da ja? Wird er los wie die Schwester da ja? Wann doch mal... Die ist in der Kaffee geändert, nee. Wann ist er los? Wann ist er los? Gesundheit! Danke! Vielen Dank! Danke! Warte! Jetzt hast du kurz eine Freikon. Bist du... Weckst du das? Hm-hm. Gerade zu, ne? Ach, bist du an Garage? Ja, um über lange zu. Muster. Ein Mumbievo Muster. Muster. Wurzelt. Muster. Wurzelt. Muster. Wurzelt. Okay, 42 FPS, ey. Was geht, was ihr habt von mir dann? Ich habe einen Spiel gerade in der Socke gehabt. Das Minibon ist okay, ey. Der sollte, der sollte, der muss man mit dem Kaut. Ich bin nicht. So cool. Das war's für heute. Sehr dubios. Heiko, bis jetzt? Unbeheerst. Ich wollte uns getraffen. Unternehmens. Die Haare bietet die Schmerz. Ich weiß nicht. Was ist jetzt los, hat das Spiel aufgehängt, ja? Ja, ja, ja. Okay.... Die Stadt rum und Achille, neutten, gleich wieder da. Yo. Yo. Ja. Ja, ich wusste, dass es jetzt kommt. Ja, ich frage sie mal. Nächstes Mal frage sie nicht, da frage ich einfach. Ja, das hörst du ja auch. Ich melde mich dann schon, wenn irgendwas passiert ist. Du weißt doch, ich brauche ein bisschen länger mit dem M1. Ja, ich frage sie mal. Ja. Ja. Was ist das, Bobby? Hallo! Hallo! Wo ist die Worte? Hallo 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 Ich hab gleich schneller gestartet Was? Hier ist alles ganz Ist alles ganz Was? 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 Ja. Ja. Jetzt ist es besser. So, einmal beendet. Das ist die Scheiße, die Öffnen. Das ist die Scheiße. Ja. Mira, das hört sich ja fast so an, dass die Transport hier heute läuft. Ja, geht. Wenn es laufen abends rum. Ja. 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 So, Was ist das? So... Hm. Zu klein. Die ist noch in Paris rum, ja. Ihr macht noch in Paris rum? Äh, Montpellier sind wir. Immer noch? Ja, wir sind kurz vor Montpellier. Achso, ich fahr da hin, okay. Ja, ja. Okay, okay. Wir haben noch 77 Kilometer nach Montpellier. Mhm. Mal gucken, aber ich glaube nicht, dass ich da... ...Garage hab. Boah. Oh. So. Okay. So, dann werden wir... Hm. Nein, werden wir nicht. Hast du nicht noch eine in Nizza oder so? Ne, ich guck gleich mal. Ich guck grad nur noch im Interview, was wir fahren. Ja. Ja, komm. Kannst du weiter? Ja. Ja, die Lackierung war da, dann hab ich auch den anderen Rest. Ja, auf jeden Fall. Okay. Jetzt geht die FPS schon wieder in den Keller und ich hab keine Ahnung warum, aber es ist mir auch scheißegal. Ja. Ich kann's nur denn da noch. Ich kann's nur denn da noch. Ich kann's nur denn da noch. Ja. Ich hab nur noch 30 FPS. Was ist denn das bitte? Ja, es ist schon die ganze Zeit... Bei mir hat er heute Morgen auch schon die ganze Zeit rumgesponnen. Ja, ja. Ja. Ei 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 ei. Psa. Gut, dann guck ich dann mal auf die Karte. Hier rum Öst. Hier ist Paris. Wann wir gern mal Gass als Neues Paris. Ah, man will jeder unten. Ja. Wir hören die Zeit, glaub ich. Hab ich was. was sei, weiß ich schon nicht ich muss mal gucken was sei, mal gucken nicht so nicht so ö, nicht so nicht so nicht so da fähren wir halt noch nizza noch nizza da sind die kleinen spritzer ok in nizza gibt's keine pizza nicht so ja ja so gestartet dann gucken wir jetzt immer noch im auftrag nach Montpellier Montpellier war ich noch gar nicht nö, das ist alles zu weit weg finden wir nix gehen wir mh Montpellier mh 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 g g mh Montpellier rückg mh 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 Fliegen Wie ist er denn, der da war das noch? Aber nichts Und wir jetzt losen, so Muss ich leer nach Mon irgendwas fahren Hoppe hier Genau, davon hin Genau, so machen wir das Äh Markiere ich, wenn wir hier die Werkstatt Können wir die gleich kaufen Geht da? Ist sinnvoll Dachte ich mir auch, ja Ja, sinnvoll Dachte 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 Das war's für heute. Chris Gaming grüßet ihr? Mystisch. Irgendwo hinten. Ja. Ein LKW mit 700 PS schafft es nicht an eine Ballette wegzuschieben. Ja. Hammer. Heidrücker. Mahlzeit. Schatz, ich mach's mal nochmal zur Hölle. Wie viel Kilometer habt ihr noch? Wir sind gerade angekommen. Haha, ich hab noch 300, Junge. Jaja, keine Panik mehr. Müsst ihr ja noch zur Server wechseln. Ach stimmt, ihr seid ja noch auf 4, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Alles klar. Oh, wenn ich jetzt die Mini verwugt habe, hab ich das jetzt aber nicht gezählt. Ja. Du musst mal Steam aktualisieren. D. Warum war ich da nachher auch? Ähm, Tracker guckst du mal? Ich fahr mal rüber zur Garage und dann tue ich mich so verwechseln. Okay, ich hab das schon. Checker. Das war's für heute. was ist dann das hier für eine tankstelle was ein rumgewusel